Das mobile Allround-Klimagerät PAKT 2000X sorgt mit einer Leistung von 2 kW für angenehme Kühle an heißen Tagen. Durch seine kompakten Abmessungen und die praktischen Rollen lässt es sich problemlos von Raum zu Raum bewegen. Der Abluftschlauch kann dabei einfach in gekippte Fenster und geöffnete Türen gehängt werden und leitet die Wärme nach außen. Mit dem optional erhältlichen Airlock 100 lässt sich der Fensterspalt rundherum abdichten. Er sorgt so nicht nur für eine kälteverlustfreie Fensterdurchführung, sondern verhindert auch das Eindringen von Insekten. Unser PAKT 2000X lässt sich zudem als Luftentfeuchter einsetzen, der durch Filtern und Reinigen der Raumluft ein angenehmes Klima schafft. Die maximale Entfeuchtungsleistung beträgt 30 Liter pro Tag. Das anfallende Kondensat wird, ebenso wie die warme Raumluft, über den Abluftschlauch in den Außenbereich transportiert. Der integrierte Ventilator, der die gekühlte Luft im Raum verteilt, lässt sich über eine separate Betriebsart auch einzeln ansteuern und bietet somit die Möglichkeit zur Luftumwälzung ohne zu kühlen. Darüber hinaus kann das Gerät an kalten Wintertagen sogar als Heizung betrieben werden. Das moderne Klimagerät arbeitet vollautomatisch und kann dank seiner Timer-Funktion zeitverzögert ein- und ausgeschaltet werden. Die Bedienung erfolgt komfortabel über die mitgelieferte Infrarotfernbedienung oder direkt über das Bedienungstableau am Gerät. Praktisch ist auch der herausnehmbare Luftfilter, der zuverlässig Pollen und Staub aus der Luft entfernt, ein Segen für alle Allergiker. Das platzsparende Klimawunder reicht für Räume bis zu 26 Quadratmeter bei normaler Deckenhöhe und kann zudem in drei Ventilatorstufen betrieben werden. Unser Pakt 2000X besitzt das GS-Siegel für geprüfte Sicherheit und fällt unter die Strom- und kostensparende Energieeffizienzklasse A. Prima Klima. Immer und überall. eine 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 auch eine